Du träumst von deiner eigenen Firma? Erzähl jemanden davon, der dich unterstützen kann. Gemeinsam machen wir die Metropole Ruhr vom Industrie- zum Innovationsstandort. Mit einer einzigartigen Förderstruktur. Mandana Banay-Jafi ist die Gründerin von Medmeer. Das Bochumer Start-up ist spezialisiert auf Hygienetechnik in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Die Gründung einer eigenen Firma ist fordernd genug. Es gibt keinen Grund, sich das Leben on top noch zu erschweren. Bei der Gründung waren die größten Herausforderungen neben den organisatorischen Themen oder den behördlichen Themen natürlich die Finanzierung. Denn an unseren fachlichen Qualifikationen habe ich nicht gezweifelt. Was ich Gründerinnen und Gründern unbedingt empfehlen würde, wäre, holt euch Hilfe, lasst euch beraten und unterstützen. Die Metropole Ruhr bietet unglaublich viele Fördermöglichkeiten. Medmeer ist Mittelstand innovativ und digital gefördert. Die Medmeer hat mit vier Startern begonnen. Zwischenzeitlich sind wir 18 Mitarbeiter. Einer allein kann nichts bewirken, aber gemeinsam kann man eine ganze Menge auf die Beine stellen. Du willst gründen? Dann hol dir die Unterstützung, die du brauchst. Gemeinsam schaffen wir eine smarte Metropole Ruhr. Mehr Infos unter www.nrwbank.de Mehr Infos unter www.nrwbank.de Untertitelung des ZDF, 2020